Es kann passieren, dass der Strom komplett ausfällt, es passiert auch jetzt laufend. Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Lieferengpässe und steigende Energiepreise beschäftigen uns alle momentan sehr. Wie gut das Uniklinikum für diverse Worst-Case-Szenarien vorgesorgt hat, wie lange unser Gasvorrat reicht, was passiert, wenn im OP der Strom ausfällt und woher Wasser kommt, weiß mein heutiger Gast. Ingenieur Christian Sixt ist der Chef der Technik und gemeinsam mit seinem Team für die Versorgungssicherheit am LKH-Universitätsklinikum Graz zuständig. Lieber Herr Ingenieur Sixt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast nehmen und schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Lassen Sie uns mit der drängendsten aller Fragen beginnen. Müssen wir uns im Krankenhaus Sorgen machen und was bedeutet Versorgungssicherheit am LKH-Universitätsklinikum Graz? Wir müssen uns im Krankenhaus bei uns keine Sorgen machen wegen der Energieversorgung. Alle unsere Pläne sind derzeit so ausgerichtet, dass wir Engpässe in der zum Beispiel Gasversorgung gut aushalten können. Was macht die Versorgung des flächenmäßig größten Spitals in Europa so herausfordernd? Einerseits die Größe des Geländes. Also wir haben sehr viele Pavillons, die sich am Gelände befinden und die wir alle einzeln versorgen müssen. Andererseits haben wir ein denkmalgeschütztes Krankenhaus, wo wir Umbauten und Ähnliches nicht so einfach durchführen können. Und der enorme Energiebedarf, den wir am Standort haben, sowohl für Wärme als auch für Strom, sind sehr herausfordernd. Herr Schöner-Six, wenn Sie von Pavillons sprechen, das sind einzelne Häuser. Von wie vielen sprechen wir? Von den relevanten, sagen wir mal, sind es ungefähr 20 Pavillons, die für uns relevant sind. Aber Gebäude haben wir am Klinikum mehr als diese 20. Aber das ist das Kerngebiet, so wie wir das nennen. Wie groß ist das technische Team, das alles im Laufen hält und welche Aufgaben müssen Ihre Mitarbeiter bewältigen? Wir sind etwas mehr wie 150 Personen, die sich in fünf Abteilungen aufteilen. Beginnend bei der Bautechnik, über die Medizintechnik bis hin zur technischen Gebäudeausrüstung. Und wir sind verantwortlich einerseits für den technischen Betrieb, aber auch für die laufende Instandhaltung bis hin zur Einhaltung der gesetzlichen Prüfpflichten. Wenn Sie von der medizintechnischen Abteilung sprechen, was versteht man darunter? Die medizintechnische Abteilung ist zuständig sowohl für die Großgeräte, das sind MRs, CDs oder auch OB-Tische für die Instandhaltung und für die Wartung und die kleinen Reparaturen, bis hin zu kleineren Geräten wie Desinfektionsgeräte oder Spritzenpumpen. Und wir decken da die gesamte Palette des Lebenszyklus dieser Geräte ab, einerseits von der Anschaffung bis hin über die Reparatur, bis hin zur Entsorgung. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas ist essentiell für ein Krankenhaus. Beginnen wir mit der Wasserversorgung. Wie viel Wasser wird täglich am Klinikum Graz verbraucht? Wir verbrauchen ca. 1000 bis 1500 Kubikmeter Wasser täglich am Klinikum. Ca. zwei Drittel davon kommen aus unseren eigenen Quellen in Stadeck. Wie kommt das Wasser aus Stadeck, also von unseren Quellen, zu uns ans Klinikum? Wir haben eine ca. 10 Kilometer lange Fernleitung. Ein Teil dieser Leitung ist auch ein Dundel, der durch eine Hügelkette führt. Das Wasser rinnt über diese Fernleitung ohne jegliche Hilfsenergie, also ohne Pumpen, frei bis zu unserem Hochbehälter. Und vom Hochbehälter wird es dann im Klinikum verteilt. Und wie sieht es mit der Wasserqualität aus? Wie behält es Trinkwasserqualität? Und wie bekämpfen Sie Keime oder Bakterien wie z.B. Legionellen? Die Trinkwasserqualität unserer Quellen ist sehr gut. Es gibt nur an Unwettertagen Probleme, dass wir das Wasser nicht verwenden können. Dann schalten wir auf Startwasser um und speisen unser System über das Startwasser. Die laufende Wasserqualität wird durch Filter, UV-Lampen und andere technische Hilfsmittel sichergestellt. Aber das Wichtigste ist, das Wasser muss fließen. Und wir schauen, dass wir im laufenden Betrieb nie stehendes Wasser haben, das verkeimt, sondern durch Spülungen und andere Möglichkeiten das Wasser laufend im Umschlag halten. Und spülen heißt einfach die Wasserhände aufdrehen. Ja. Muss das kalt oder warm gespült werden? Wir müssen beide spülen. Sowohl die Kaltwasserleitungen müssen in Bewegung bleiben, aber auch die Trinkwarmwasserleitungen müssen laufend umgeschlagen werden, damit wir diese Verkeimungen verhindern können. Herr Ingenieur Siegst, wie lange kann sich das Uniklinikum autark mit Wasser versorgen? Und funktioniert die Wasserversorgung auch, wenn es keinen Strom gibt? Grundsätzlich funktioniert unsere Wasserversorgung in einem Großteil unserer Gebäude auch ohne Strom. Darauf haben wir extra geachtet. Und derzeit können wir Wasser für ungefähr einen Tag bevorraten. Wir beginnen jetzt den Hochbehälter auszubauen. Und da ist eines unserer großen Ziele, auch in der Wasserversorgung 72 Stunden bevorraten zu können. Im Lechwald werden zwei neue Hochwasserbehälter gebaut. Brauchen wir die aus diesem Grund? Genau, die brauchen wir aus diesem Grund. Die beiden neuen Hochbehälter, die kommen zusätzlich zu den bestehenden, gleich direkt nebenan im Lechwald. Und damit können wir eben diese Trinkwasserversorgung sicherstellen, auch wenn es kein Stadtwasser gibt oder andere Unwetterereignisse stattfinden. Für die neuen Behälter müssen zwei Hektar Walz gerodet werden. Warum müssen so viele Bäume gefehlt werden? Ja, das bedingt das große Baufeld. Also das ist eine sehr große Erdbewegung, wenn man sich das vorstellt. Also dieser Hochbehälter wird vollständig unterirdisch eingegraben. Auf der einen Seite, damit das Trinkwasser kalt bleibt, wenn es gelagert wird. Auf der anderen Seite, um es einfach von anderen Umwelteinflüssen schützen zu können. Und deswegen wird vorerst diese große Fläche gerodet. Das ist eine befristete Rodung. Im Anschluss wird alles wieder aufgeholzt und nach wenigen Jahren wird man von dieser Baustelle nichts mehr kennen, sondern es wird wieder ein Wald dort sein, wo jetzt auch schon einer ist. Das heißt, es wird umfassend aufgeforstet? Es wird umfassend aufgeforstet mit Nadelhölzern und Laubhölzern gemischt, um das einfach artgerecht dort wieder herzustellen. Auf der einen Seite bedroht uns extreme Trockenheit. Auf der anderen Seite massive Überschwemmungen. Sind die Zeichen des Klimawandels auch am Uniklinikum spürbar? Wir spüren die sehr stark. Gerade in den letzten zwei Jahren hatten wir sehr viele Unwetereinsätze, wo Kellerräumlichkeiten, Straßenzüge, Kanalsysteme einfach überschwemmt waren und die Dienstmannschaft viel zu tun hatte, um diese Überschwemmungen habhaft zu werden. Wir haben auch extra Ausrüstungen dafür angekauft, um eben bei diesen Hochwassereinsätzen besser voranzukommen. Und beim letzten Hochwassereinsatz war es auch erforderlich, Dienstmannschaft nachzualarmieren. Also wir haben drei Mann immer herinnen und wir mussten ca. 40 Mann zusätzlich aufs Grundstück holen, um einfach die Schäden zu beseitigen. Um was handelt es sich bei diesen Umwelteinsätzen? Voriges Jahr hatten wir primär mit Überschwemmungen zu tun, heuer eher mit Sturm und Windbruch. Überschwemmungen waren heuer eher kleinere lokale Ereignisse. Warum wird am Klinikum so viel gebaut? Es wird so viel gebaut, weil wir einfach auf den medizinischen Fortschritt Rücksicht nehmen müssen und einfach die Möglichkeiten der steigenden medizinischen Versorgung auch die nötige räumliche Kapazität widmen müssen. Zusätzlich ist es auch schwierig, während dem laufenden Betrieb Stationen umzubauen, um einfach das Kerngeschäft nicht zu stören. Und so ist es immer wieder erforderlich, Neubauten zu installieren. Gehen wir zum zweiten großen Versorgungsthema über dem Strom. Wie hoch ist der tägliche oder jährliche Strombedarf des Uniklinikum? Das ist eine unvorstellbare Menge von ca. 65 Megawattstunden pro Jahr. Man kann das ungefähr gegenrechnen. Das ist das, ungefähr die Hälfte, was ein Murkraftwerk in Graz das ganze Jahr produziert. Was sind die größten Stromfresser im klinischen Alltag? Die größten Stromfresser im klinischen Alltag sind einerseits unsere medizintechnischen Großgeräte oder unser medizinischer Kernprozess, also MR-CDs. Auf der anderen Seite natürlich auch die Lüftungsanlagen und die Klimatisierung. Und ein nicht vernachlässigbarer Stromfresse ist zum Beispiel unser Versorgungszentrum, unsere Küche, unsere Apotheken, unsere Kühlräume, also alles, was dort installiert ist. Welche Stromquellen stehen zur Verfügung und sind erneuerbare Energien ein Thema? Ja, wir haben grundsätzlich die Stromquelle. Wir sind aus dem Stromnetz versorgt über das Umspannwerk Ost. Wenn wir Stromausfälle haben, versorgen wir uns selber über ca. 40 Notstromaggregate, die im ganzen Klinikum installiert sind. Und damit können wir über verschiedene Netzarten, wie wir das nennen, Normalnetz, USV-Netz kennt fast jeder, alle unsere Bereiche versorgen. Erneuerbare Energien haben wir durchaus einige Pilotprojekte schon installiert. Das sind Photovoltaikanlagen und andere technische Ausstattung, die tragen einen kleinen Beitrag zu unserer Stromversorgung bei. Primär unter erneuerbaren Energien verstehen wir unsere Speichersysteme, wo wir einfach Energie saisonell speichern können. Das heißt, im Sommer speichern wir Wärme im Erdreich, woraus wir im Winter dann heizen können und quasi die Wärme wieder rückgewinnen. Und beispielhaft wird die Chirurgie, die Bettenstation, also die acht, neun Stockwerke, vollständig aus einem Erdspeicher heiz- und kühltechnisch versorgt. Und das ist eigentlich eine unserer größten Energiequellen im erneuerbaren Bereich. Stichwort Blackout, Herr Ingenieur. Kann es tatsächlich sein, dass der Strom einmal komplett ausfällt und muss ich mir als Patient, wenn ich zum Beispiel am O-Betisch liege, Sorgen machen? Es kann passieren, dass der Strom komplett ausfällt. Das passiert auch jetzt laufend. Also wir haben circa 10 bis 15 relevante Stromausfälle, auch in einem normalen Jahr, was kein Blackout bedeutet. Das sind einfach Unterbrechungen von ein, zwei Minuten bis zu einer halben Stunde. Auch diese Stromausfälle spürt man nicht im klinischen Betrieb. Ein Blackout selbst ist natürlich eine ganz andere Dimension und auch dafür sind wir gut aufgestellt. Und dort können wir auch die vorher bereits angesprochenen 72 Stunden, je nachdem nach Witterung, aber diese 72 Stunden mindestens das Klinikum mit Strom versorgen. Und das heißt, wenn ich am O-Betisch liege, spüre ich das gar nicht, dass der Strom ausfällt? Gerade im OP und am OP-Tisch werden Sie nichts spüren. Wenn Sie so wie bei uns jetzt da in der Direktion sitzen, da wird durchaus die eine oder andere Glühbirne ausgehen. Kann man sich überhaupt auf der Blackout vorbereiten? Ja, man kann sich vorbereiten. Diese Szenarien sind durchaus im gesamten Klinikum angesprochen und durchdacht. Man konnte sie natürlich noch nicht vollständig testen und schauen, wie sie in der Praxis umsetzbar sind. Aber nicht nur für die Technik, sondern auch für alle anderen Bereiche. Küche gibt es Szenarien, die wir vorbereitet haben, um sich am besten möglich in der Theorie auf so ein Blackout vorzubereiten. Die Stromkosten galoppieren zurzeit ja davon. Wie stemmt ein Uniklinikum diese finanziellen Belastungen? Ja, im Moment haben wir gerade Glück, aufgrund des günstigen Energieeinkaufes, den wir bereits vor einigen Monaten getätigt haben, speziell durch Herrn Staat, seine Gruppe im Einkauf, haben wir stabile Energiepreise bis Ende nächsten Jahres. Und ab dem Zeitpunkt müssen wir weitersehen, wie es dann weitergeht. Aber das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Aber derzeit sind die Strompreise für uns stabil. Der kommende Herbst steht uns bald vor die erste Versorgungsherausforderung, die Heizung. Womit wird am Uniklinikum geheizt? Wir heizen primär mit Ferngas, Fernwärme und in Notzeiten können wir auf Heizöl umschalten. Was passiert, wenn das Gas zur Neige geht? Naja, das müssen wir uns anschauen. Wir denken, dass das Gas nicht vollständig zur Neige gehen wird, sondern dass es eine Mangelversorgung geben wird. Aber prima wird man im ersten Moment einmal probieren, über die Fernwärme das Klinikum zu versorgen, über unsere Fernwärmeanschlüsse. Und wenn wir da auch merken, wir schaffen es nicht, werden wir uns auf unsere eigenen Ölkessel konzentrieren, die mit ca. 200.000 Liter unseren Standort mehrere Tage lang versorgen werden können. Das heißt, die Temperaturen in den Krankenzimmern bleiben stabil? Ja, die werden stabil bleiben. Wir haben nun sehr viel Interessantes über die Energieversorgung erfahren. Zum Abschluss interessiert mich noch, welche Möglichkeiten es am Uniklinikum gibt, um Energie zu sparen. Wir haben viele Möglichkeiten. Einer der größten Potenziale, eines der größten Potenziale sind unsere Mitarbeiter, unsere Besucher und Patienten. Und gerade in dem Bereich kann uns jeder unterstützen, Energie zu sparen, indem man einfach unnötige Verbraucher abschaltet. Das beginnt bei Kleinigkeiten, wie die Beleuchtung auf den Toiletten, richtig lüften, also Fenster schließen im Winter oder auch an Hitzetagen, um einfach die Kühlungen und die Heizungen mit richtigen Lüften zu unterstützen. Also es beginnt bei Kleinigkeiten und endet dann einfach in großen Systemen, die wir auch schon installiert haben, wie diesen Energiespeichern, wo ich vorher beschrieben habe, wo einfach saisonal versucht wird, einen Ausgleich zu machen zwischen Sommer und Winter und einfach die Energie, die im Sommer gespeichert wird, im Winter mitgenutzt wird. Wie rüstet sich das Uniklinikum generell für die Zukunft? Gibt es so etwas wie einen Masterplan? Ja, es gibt so etwas wie einen Masterplan. Das heißt, generell haben wir in der Kages ein Energiemanagement-System, ein zertifiziertes. Und in diesem Management-System werden alle Aspekte aufgenommen, um einfach einen effizienteren Energieeinsatz zu garantieren. Dazu zählen auf der einen Seite, weniger Energie zu verbrauchen, aber auch Energie besser umzuwandeln, bis hin, dass wir mehr Grünraum schaffen wollen durch Dachbegrünungen und Ähnliches, was sich wieder günstiger auf unser Raumklima auswirkt, weil einfach weniger versiegelte Fläche, Grünbereiche einfach ein kühleres Raumklima in unseren Gebäuden bedeuten. Lieber Herr Sixt, vielen herzlichen Dank für Ihre interessanten Antworten und dass Sie bei uns waren. Danke fürs Gespräch. Ich hoffe, bis bald. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 14 Tagen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.